keine umwege mein freund für jede betreten region mit wird die effektrefferate um 25 Prozent erhöht also man sollte sich schon mitnehmen auch gefühlt war ja Das bringt mir überhaupt nichts, weil da geh ich jetzt sowieso rein. Also da geh ich neue Würfel. Willst du mich verarschen? Nein! Jeep Habe heute. Kommt gleich noch einer dazu. Frechheit! Und die Pfeil, die ich jetzt hatte. Ja, das ist noch nicht ganz so gut. So geht man mit und Sekten um Hier kann ich jetzt hier nicht in den rucksack das geht hier nicht Nein hier gibt es keinen rucksack das ist nur der normale Da kannst du nicht nochmal Oder direkt Hier mach ich 25% mit Da muss ich wahrscheinlich springen später irgendwo Trotzdem kämpfen Entweder du kannst gegen einen oder gegen zwei Du kannst auf jeden Fall Gegen den rumba Staubsaugermaschinen Antreten Draken Dissapear among a sea of butterflies Illusions of the past Break Who's next Hex Ja, der Schild hilft schon. Muss man schon sagen. Nummer um 16%. Nummer um 16%. Ich muss mit dem letzten drauf kommen. Beim Kampf gegen den Schwarm in der Region wird dieser mit Eisschwäche belegt. Das ist doch gut. Nein, Eisschwäche bitteschön. Weil ich habe ja Eis. Ich habe überhaupt keine Technikpunkte mehr. Ich kann ja nichts mehr machen. Wir sind in der Nähe von Eisschwäche. Never falters! War-Cleansing Dragon. Disappear among a sea of butterflies. Illusions of the past. Break. Immortality means forever. I think it's something business. Who's next? Hm. He actually hits pretty well with the par. nicht fließend nicht niedriger und er hat halt der widerstand ist nicht ganz so hoch nur 40 statt 56 aber mit der hälfte ganz gut der fahrt da eigentlich wenn er angegriffen wird muss da eigentlich schon die autos zurückgeben das ist grad irgendwie total ach so die waren tot und dann haben sich sehr viele halt beim maurer oder wie der dinger ist dem hab ich doch ein brennen gesehen bei dem einen brennen ja wenn mich einen angriff greift krieg ich dann brennen weiss nur nicht wie viel das ausmacht aber das ist ja fast so wie so ein konta angriff und ich glaube der jpa wird auch am häufigsten angegriffen die anderen bleiben weitgegen unbehelligt ich glaube ich werde erstmal die kann ja immer noch wechseln später so kann er sich wenigstens ein bisschen wehren weil die fluchttausend ist natürlich ein witz ne wegen 65.000 die er da macht und und noch einen hinterher ok der ultimate ist der ultimate aber sein jpa's ultimate ist halt auch nur schild und er macht fast gar kein schaden und er macht ein bisschen schaden bis zum brennen aber er hat die chancen gegen ein zufrieden in den gegner und er hat die chancen gegen ein zufrieden in den gegner und er hat die schaden in der schaden und er hat die schaden die schaden auch nicht nicht ja sterb doch alle dass dein schild zaubert teilt den erlittenen schaden unter allen verbündeten auf wenn eine figur eigentlich nicht eigentlich gehen die auf dem jpa und der jpa steckt das ganz gut ein ist das dann ein nachfolge angriff eigentlich ja nicht es ist ja ein nicht kegel stapelung kampf komm machen wir jetzt gleich zwei schön was ist äonische fluss auf alle gegner bei debuff wird die dauer der sb die was verdoppelt wie langweilig die 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 Welche komischen Texte sind das? Flatterne Flügel Oh, da kann ich mich jetzt direkt nach hinten durch, wenn ich das wollte. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich brauche kein Download, ich bleibe mit der Truppe so. Wenn du eine schöne Kuriosität hast, dann nehme ich die gerne. Ist nicht so ein Hit. Dann nehme ich jetzt mal die. Und dann könnte ich eigentlich abkürzen. Ich habe noch neun. Hier hatte ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann habe ich noch drei. Also ich muss irgendwie abkürzen. Und dann kann ich ja später so hoch und runter. Weiß ich nicht. Also ich sollte bis hier und dann... Hm. Lass mal den hier. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Hab ich nicht viel gebracht. Der ist Mann. Was ist das alles? Oh, jetzt hat er aber ordentlich einstecken müssen, der Jippa. Das sind echt übel diese hässlichen Viecher. Ist das ein Grafikfehler oder? Ich glaube vielleicht auch so. Oh ja, einen hat's erwischt. Schön, es wird's einen erwischt, dann kriegen die auch noch was ab. Und geteilt, das hasse ich. Dann können wir dann ewig gegen spielen. Zum Schluss dann lösen wir dann doch. Ja, die Insekten müssen wir schnell genug kaputt kriegen, dann hat man keine Chance. Oh, der Schild ist schon wieder weg. Ja. 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 Und dann... Vorsicht wieder teilen, musst du fertig gemacht haben. Das ist aber, dass die so oft eingefroren haben, ist gut. Äh, werden... Eingefrorene Insekten können sich nicht teilen. Dann gibt es noch 2, jetzt sind wir 3. Die sind so scheiße, diese Ding. Ääh, so scheiße. Dann haben wir 2. Und irgendwann kommt wieder ein dritter dazu. natürlich mit voller voller kraft guck dir das mal an was er mit seele gemacht hat aber das schild hilft schon sehr und wahrscheinlich schon tot zumindest einer kommen noch zehn hinterher und dann ist doch nur noch einer die sind so nervig schwer gemacht die insekten pester also man hätte die explosion dann auch so grantig machen müssen das wirklich alles kaputt gehen dabei und die mit den goldenen strichen darauf liegen die hauen ja richtig rein da habe ich schon die schwäche und die gehen nicht kaputt beim ozil die ist richtig böse da ist der schild schon wieder weg ja Welt-Cleansing Dragon. Who's next? I think something bit me. Price. Disappear among the sea of butterflies. Collusion of the past. Gleich ist wieder nur einer und dann wird er sich wieder teilen. Das geht jetzt ewig so. Wie ich das hasse. Da, siehste? Kommt schon wieder ein neuer. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ich weiß jetzt auch wieder, wieso ich die Schwarmkatastrophe so hasse. Jetzt bin ich zwar besser in der Verteidigung und im Heilen, aber da kannst du dich gegen anstinken. Guck mal, ein dritter kommt jetzt auch noch. Dann wird wieder mehr. Dann wird weniger. Ich springe ein nach dem anderen um. Die wollen mich doch wohl verarschen. Ach, und der Gegner. Der hat nicht da Raserei. Ja, wo kriege ich denn mal was? Und noch eine. Das ist total... Von, von der... Vom Game Balancing ist das total unausgorender Kackdreckmist. Guck mal, 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 guck mal. Der ist tot. Na ja, steht hier wieder auf. Ne, aber im nächsten Mal bleibt der tot. Die werden immer stärker, habe ich so das Gefühl. Und immer mehr. Da kann ich, kann ich gar nicht gegen ankämpfen. Ich habe schon zwei Schadensmacher im Team. Und zwar die besten, die es gibt. Ich kann da nicht gegen anstinken, gegen die Scheiße, die der... Die vermehren sich einfach. Und noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Stopp, popp. Potsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist der... Der Gegner auf der zweiten Ebene. Jetzt stellt euch mal den Gegner, also den Boss, auf der dritten Ebene dar. Wie sollst du den erst? Er hat nur noch so ein Viertel. Aber pass auf, gleich kommt wieder ein neuer. Oh, der teilt sich. Jetzt hat er ja... Schaff ich das nie. Da kommt immer ein neuer. Schaden massiv erhöht. Ja, gerne. Ja, nochmal geteilt. Und nochmal geteilt. Also, der will mich über verarschen. Jetzt sind es schon fünf. Eben war noch ein Viertel. Jetzt sind es wieder fünf. Ey, fuck you Spiel. Fuck you. Fuck you. Boah, ein Seele haben sie jetzt einverpasst. Wahnsinn. Super stark die Gegner und vermehren sich ständig. Ich kann nichts mehr machen. Zwei sind tot. Mein Heiler ist gesperrt. Das ist einfach lächerlich. Ich weiß noch, warum ich schwampfe. Aber ich wofah. Ja, der kann ja natürlich jetzt nichts mehr aussichten. Dann, das ist wie Hohn. Hinweis. Segen passen in der Universum-Simulation zu verschiedenen Situationen. Versuche den passenden Segen auszuwählen. Ihr hättet mal ein bisschen auf die Balance achten sollen. So blöde Insekten und dann teilen sie sich und teilen sie sich. Und das geht einfach nicht. Also. Ich bin schwer enttäuscht. Mal wieder. Von der Schwarmkatastrophe. Das ist einfach eine Katastrophe. Die Schwarmkatastrophe. Und zwar spieltechnisch. Ja. Leck mich. Leck mich. Ich gehe nach Hause hier. Komm, Puppen her. Was gibt es denn für einen Erfolg? Einfach. Grau. N. Haft. Viel zu schwierig. Unmöglich. Nee. Macht keinen Spaß. Das ist frustrierend. Viele. zu würden. Hör. Hör.